Hallo ihr Lieben, heute hat sich bei uns personell ein bisschen was getan, nämlich Ilya Gruev hat seinen ersten Profi-Vertrag bei uns unterschrieben. Wer ist das? Das ist der Kapitän unserer U19-Mannschaft und er hat auch einen ganz bekannten familiären Hintergrund, denn bei ihm handelt es sich nämlich um den Sohn des ehemaligen bulgarischen Nationalmittelfeld-Asses Ilya Gruev. Also Ilya, ich finde es schön, dass du deinen Weg bei uns weiter verfolgst und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück, dass du es schaffst, in den Profi-Kader dich weiter reinzuspielen. Also, und euch noch einen schönen Montagabend, noch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal, weil es lebensländische Werte bringen, dir zu, bis zum nächsten Mal.